Giovanni Zarella ist heute aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Doch dem großen Erfolg musste er durch die Fetela gehen. Er fand als Musiker viele Jahre keine Beachtung, er gehört heute unumstritten zu den erfolgreichsten Moderatoren und Vertretern der Schlagerbranche, Giovanni Zarella, 46, schwimmt seit Jahren auf der Erfolgswelle. Doch das war längst nicht immer so. Nachdem aus seiner Popstars Band Brosis fiel der gebürtige Italiener in ein tiefes Loch. Er probierte sich als Solo-Künstler, doch keine Idee wollte so richtig zünden. Mit seiner Musik kam er nicht wirklich voran, doch präsent war er im Fernsehen immer noch, jedoch im Rahmen von Shows, die nichts mit seiner großen Leidenschaft zu tun hatten. Für den Vollblutmusiker war dies nicht immer einfach, wie er im Interview mit dir online verriet. Man hat mich oft im Fernsehen gesehen. Daher haben viele gedacht, bei dem läuft es doch. Während ich in den Fernsehformaten wieder Vogue-VM zu sehen war, wollte ich, aber, eigentlich Musik machen. Sein eigentlicher Wunsch, mit seiner Stimme zu glänzen, rückte in jener Zeit in den Hintergrund, weshalb Giovanni mehr Momente mit Selbstzweifeln als mit Selbstbewusstsein hatte. Dass das Blatt änderte sich 2019, als er sein Album La Vita e Bella auf den Markt brachte. Giovanni fing auf jenem an, deutsche Pop- und Schlagersongs ins Italienische zu übersetzen, und traf damit bei dem Publikum direkt ins Schwarze. Heute spielte er in TV und Musik ganz oben mit. Giovanni Zarellas erste Erfolgsplatte La Vita e Bella bescherte ihm gleich Doppelplatin. Endlich hat sich die harte Arbeit und der Glaube in sich und seine Musik ausbezahlt. Seitdem geht es auch auf der Überholspur für den Schlagerstar weiter. Seine Alben Schau 2021 und Per Sempre 2022 konnten sogar die Spitze der Album Charts besetzen. 2024 betritt Giovanni Neusteren, denn mit Danza und Fantastico hat er nach einiger Zeit wieder eigene Songs auf den Markt gebracht. Auch sein Mut dafür wurde belohnt, denn die Tricks kommen bei den Fans super an.